Wurde ja am Donnerstag operiert und das tut höllisch weh. Aber ich hatte unbedingt Bock zu zocken und ich wollte jetzt nicht ohne Stream zocken, deswegen... Mach dein Ding, Ellie! Mach dein Ding. Sehr schön. Schön festhalten. Ist das dein Ernst? Mach ich. So. Gut. Sehr schön. Gute Idee. Hilf mir mal damit. Hier. Ich hab ihn. So. Just in case. Ah, da müssen wir dann hin wahrscheinlich. Können wir irgendwas craften? Wir sind ja relativ voll. Das können wir noch machen. Hm. Ja. Das wollten wir ja beim letzten Mal machen. Also mal gucken, ob er... Und hier können wir wieder... Uh, was machen. Nice. Hier haben wir noch Pillen. Okay. Ja, können wir dann überhaupt was machen? Ich weiß gar nicht. 50. Hm. Hm. Nee. Ich glaube, ich schaue mal bei den Gewehren nach. Vielleicht hier? Oder? Nein. Vielleicht beim Bogen? Können wir denn hier machen? Wir können Zieltempo... Okay. Reichweite. Hm. Ich weiß nicht. Na komm, machen wir mal. Okay, man macht die Reichweite... Was? Man macht ihn robuster, indem man einmal kurz rüber geht mit dem Lappen. Okay, cool. Easy. Zeig doch mal, was du da machst. Hallo? Hallo? Okay. Puh. Ist doch ganz gut. Ja, ich habe nur nicht gesehen, was du gemacht hast. So. Scheiße, runter, runter. Licht aus. Huch. Was machen wir? Gar nichts. Hör ein. What the fuck? Ihr kranken Bastarde. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Trotzdem scheiße. Gehen wir zur Brücke. Ja, kommen wir denn überhaupt zur Brücke? Das ist jetzt natürlich die Frage. Ja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten es aus der Karte geschafft. Jetzt müssen wir noch die Steuer für die Karte abnimmt. Tja. Und die Karte muss eine ganze Armee sein. Wie haben sie es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Du noch mehr weiter. Ich will vor Sonnenuntergang fertig sein. Hm. Ähm, Ellie? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Okay. Uff. Okay. Äh, Ellie? Verdammt. Nein, 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 nein. Gucken wir mal, wo wir den kriegen. Du kommst mal her. Sehr schön. Das Rohr nehmen wir auf jeden Fall mit. Nice. Wenn man das hört, wenigstens haben sie an. Du musst trotzdem was am bleiben. Ich meinte nur, es ist gut, dass du bei mir bist. Oh, Ellie. Das war ein Kompliment. Ja, wirklich. Okay. Okay, sagt er. Ach, Mann. Ja, so langsam gewöhnen sie sich aneinander. Aneinander. What the fuck? Sprache heute so auf 0,5. Ähm. Aber das ist süß. Ähm. Hier gibt es nichts. Hier gibt es noch einen Zettel. You got them on the run. Most of their forces. Have we tied? Äh, okay, cool. Das bringt uns jetzt so aber nicht weiter. Ellie, kannst du dich bitte ducken, falls da unten noch irgendwie ein Sniper ist? Nice. Es ist so schön hier. Es ist zwar die Arschpokalypse, aber. Nice. Kommst du runter? Sehr schön. Was ist das denn? Oh. Okay. Dawn of the Wolf Part 2. Warum ducke ich mich überhaupt? Hier ist ja nichts. Gucken, ob wir hier vielleicht reinkommen. Nö. Ich hoffe, dass die Eindringlinge sich zeigen. Und ein Glückstag. Ich weiß. Ja. Ich sehe ihn. Deckung. Ja. Oh mein Gott. Wie geil. Okay. Kurzer Waffenwechsel auf Schrotze. Also, wenn die hier durchkommen, dann sind sie selbst schuld. Hi. Hier drüben. Er hat eine Flinte. Oh Mann. Du hast, glaube ich, deine Hand verloren. Ich bin mir nicht sicher, aber. Könnte sein. Okay. Ich glaube, ich habe zwei, drei. Jo. Ist der da drüben? Ja, er ist weg. Hm. Wer will mich denn jetzt hier gerade gesehen haben? Da oben. Mensch. 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 Ich weiß, dass du hier bist. Ja. Oh mein Gott. Ich bin unaufhaltsam. What the fuck? Okay. Oh. Hier ist nichts. Sehr schön, Ellie. Okay, wir sind seine Freunde. Ganz dort. Ganz weit dort hinten. Wir gehen erstmal hier durch. Checken, ob wir was zum Looten finden. So lange die nicht herkommen, ist ja alles in Ordnung. Okay, da geht es nicht lang. Mhm. Hast du denn was für mich? Oh. Okay, ja. Die sind immer noch da hinten. Kommen wir jetzt langsam zu uns. Na, was haben wir denn hier? Nichts. Ellie, geh mal weg. Okay, da geht es nicht weiter hoch. Hm, der traut sich nicht weiter. Mal gucken, ob wir den mit einem Pfeil kriegen. Oh mein Gott, den haben wir ja richtig... Oh mein Gott, wie geil wir den getroffen haben. Nice. Da hinten ist er. Den kriege ich so nicht. Schauen wir mal. Okay. Oh, das wird knapp. Ich denke... Wir müssen auf Konfrontation gehen. Ist er da? Ellie! Ellie, ey! Hast du das gesehen? Ich hab den getroffen. Wie geil. Okay, wir haben also nur noch einen, der dort ist. Okay. Okay. Ich hab die Falle nicht gesehen. Lebt er jetzt wieder? Nein. Gut. Okay, also aufpassen. Hier Falle. Der hat noch ein bisschen Munition für uns. Hier wären wir rein theoretisch auch reingekommen. Gibt es hier vielleicht noch was? Mh... Nein. Nein. Schade. Wo ist denn der andere? Immer noch da hinten. Ich hab den... Ähm... Wir müssen aufpassen. Hier waren ja auch noch ein paar. Hm. Na gut. Richtig nice. Hier liegt nochmal ein Stein. Da kommen wir nicht lang. Also müssen wir dort rein. Death of Freedom. Okay. Genau. Ah. Hier haben sie die Leute erschossen. Okay. Liegen aber schon sehr lange dort. Ja in jedem Kampf gibt es Verlierer. Oh wenn sie Familie haben. Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Ja ist schwer. Okay. Okay. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin, aber okay. Sehr nice. Da gehen wir gleich drauf. Möchte gerne noch gucken, ob wir irgendwie Schrott finden, Pillen finden. Ah nice. Stoff haben wir wirklich zur Genüge. Noch ein bisschen essen. Ein paar Chips oder so. Na Messer. Let's go. Na bitte. Was haben wir denn hier schön mit? Uh. Das nehmen wir uns schön alles mit. Munition. Munition. Uh. Nice. Cool. Dann können wir rein theoretisch gleich mal. Nachladen. Ich meine besser als gar nichts. Hm. 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 Hier haben wir noch einen Zettel. Der ist mir aber eigentlich egal. Uh. Nice. Oh. Ein Schrotflintenmonie. Wir haben zu viel Schrotflintenmonie in dem Spiel. Äh. Federal Disaster Response Agency. Rationszentrum. Okay. Rationszentrum. Sorry. Hm. Was haben wir hier? Nö. Nix. 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 Okay. Weiter jetzt. Komm her schon, Ellie. Let's go. Wir sind fast da. Hm. Nö. Mal gucken, ob wir überhaupt hinkommen. Oder ob wir drüber kommen. Hm. Ich will nochmal kurz gucken, ob das vielleicht irgendwie so ein arenaartiges Gefühl hier sein kann. Zack. Jeder, der kommt, wird weggerotzt. Dort liegt was. Nein. Och, Mann. Das ist die Kupplung. Ich hab' ihm sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Hm. Okay. Jetzt haben wir hier. Militärvorbereitungsschule. Oh, nice. Militärvorbereitungsschule. Hab' ich doch grad gesagt. Ja. Ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten? Oder sie sind tot? Oder sind geflohen? Aber du glaubst das nicht. Ich glaub, wir müssen aus der Stadt raus. Los. Na, dann mal los. Was haben wir denn dort? Hm. Mhm. Ja, also. Keine Ahnung. Bleiben wir Wasser, okay? Okay. Gehen wir durch die Gasse. Hm. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Nein. Von dort, okay. Na gut. Das ist halt scheiße wegen dem Wagen da draußen. Warum wohl, ich will was. Ja, klar willst du. Nein, ich hab deinen Arsch vor dem Clicker gerettet. Ich denk drüber nach. Ich hätte dich verrecken lassen sollen. Oh Mann. Ich mach dir Welfen, wenn du damit aufhörst. Hm. Welke, Mann. Klar schmeckt das gut. Ähm. Ach, uff. Das war knapp. Den kriegen wir so nicht. Und da jetzt einen Krieg anzufassen. Ja, zu entfesseln, wäre jetzt auch nicht gerade schlau. Ähm. Hi. Komm. Komm. Hey Mann. Mach jetzt keinen Scheiß. Oh. Verdammt. Schön unten bleiben, Allie. Wir wurden nicht gesehen und es hat uns auch keiner gehört. Ähm. Mal gucken, ob wir die vielleicht auch mit einem Pfeil wegkriegen. Okay. Sehr schön. Okay. Sehr schön. Das ist jetzt natürlich die Frage, könnte ich den zerstören? Ich glaub nicht. Hm. Kurz speichern. Ich würd's mal ausprobieren. Vielleicht, wenn wir... Ähm. 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 Hallo? Was? Okay. Gut. 13.30 Uhr, let's go. Ja, wenn das nicht funktioniert, ist er auch doof. Jetzt hat er mich natürlich dahin gebracht. Ey, ich will auf hier gehen. Zack, zack. Trotzdem sind wir wieder hier. Okay, müssen wir kurz wieder alle töten. Naja. 24, hab eine verputzt. Euer hast du 24 Dosen Bacon. Militärspint ins Hotel. Und damals. Lugel ist in der Situation, der in Kamm alles zu tun hat. Schön mitkommen. Immer mit der Ruhe. Mach her, kein Scheiß. Alles ist cool, Mann. Ja, ist es wirklich. Sehr schön. Und runter. Okay. Warten mal kurz. What's? Okay. Okay. Hm. So eine Kacke. Der atmet noch. Scheiß ist jetzt natürlich, dass sie den. Was war denn das? Scheiße. Was war denn das? Okay. Also den werden wir tatsächlich umgehen müssen. Ist der Pfeil da draußen im Arsch? Naja, okay. Oh. Der ist auch kaputt. Mal gucken. Okay. What? Verdammt, womit schießen die da auf uns? Keine Sorge, Ellie. Die benutzen Wallhack. Der hätte mich gar nicht sehen können. Wird sich, denke ich, mal auch gleich wieder beruhigen. Schnell durchrennen. Steht noch da vorne. Sehr gut. Komm, Ellie. Okay, let's go. Komm. Holy shit. Oh, Mann. Wo kamen die denn jetzt her? Die habe ich ja gar nicht gerochen. Äh. Fuck. Könnten wir den vielleicht mit nem Molly ärgern? Nichts macht auch nur eine Delle in das Scheißteil. Hm. Na dann. Ich glaube, hier sieht man uns gerade nicht. Zickzack. Oh, sehr gut. Kleiner Scheiße. Schnell rein. Komm, Ellie. Komm, Ellie. Holy moly. Okay. Kurz durchatmen. Gibt's nichts zu looten. Was haben wir hier? Hätte jetzt rein theoretisch auch mit nem Revolver arbeiten können. Dachte mir, die Schrotflinte ist besser. Okay. Okay. Weiter hoch. Nicht weiter hoch. Höh. Hm. Hier durch. Hier nicht durch. Hier nicht durch. Ach du Scheiße. Warte. Äh. Warte. Wait. Wenn die Tür zu ist. Müssen wir doch hier irgendwo lang kommen. Let's go. Ich glaube, sie sind weg. Ja, das kann man hören. Dort liegt wieder, glaube ich, Munition, oder? Lass mal aufs Handy schauen. Oh, da antworte ich doch drauf. Ja. Ja. Wenn mein Telefon will. Nein, ich möchte nicht auf Lieferando. Danke. So. Da haben wir wieder fünf Pillen. Okay. Okay. Eine Schere oder ein Messer, wie auch immer. Jetzt können wir uns auf jeden Fall wieder einen Molly bauen. Ich finde ein Messer. Easy. Also runterspringen will ich da jetzt nicht. Puh. Hm. Ali, geh mal vor. Wo ist denn hier die? Ach, da ist die. Ah, die Tür noch draußen. Scheiße. Hm. Also. Ganz ruhig, Ali. Sie sehen uns nicht. Genau, die sind dumm. Die gucken nur auf den Boden. Nicht nach oben. Oh. Schießt. Verdammt. Joel. Warte, warte. Joel, hör auf. Da. Sie nehmen Ruhe. Hm. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die stärksten überleben. Du weißt. Okay. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Hallo, Henry. Hallo, Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ali. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Naja. Ich hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch, hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ali. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Geil, hast du Alkohol, Mann? Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid, wegen... Vorhin. Wollen wir mal gucken? Nichts hier. Wo kommt ihr her? Wir looten schnell. Was haben wir hier? Soll es ja total übel sein. Äh, Construction. Nice. Kleinen Moment, ich muss kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist, was ich brauchen kann. Hm, na gut. Die tölt dich einfach. Was ist denn los? Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind eher, ähm... Ich hab versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Ja, ja, kleinen Moment. Das ist der Ehre. Hm. 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 Auf den Bogen? Runter. Sie hauen ab. Mann. Der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Hm. Sam, was machst du denn? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Hä, wie fast nicht? Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Hey, Ellie, pack's ein. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Vorsitzender, pack ich mir mal die... ...Waffe in die Hand. Ich hab keine Pfeile mehr. Okay. Okay. Ich schaue hier. Gucken, vielleicht kriegen wir den auch runter, ohne ihn zu töten. Hm. 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 Ich wünschte, wir hätten mehr Pfeile. Scheiße. Hier drüben. Sehr schön. Ja, ich hab vielleicht ein bisschen geübt. Na los. Hier auf den Truck. Ja, chill doch mal, Alter. Hier sind Leichen. Schon mal was von Looten gehört? Hm. 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 Okay. Da kommt nichts. Wir gehen nochmal kurz rein. Ich glaube, da war Alkohol. Und was liegt da auf dem Boden? Schrott. Hell yeah. Die hätten wir jetzt, glaube ich, auch zu dritt mit dieser Splitterbombe gekriegt. Aber ich war zu spät dran. Hm. 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 Da drüben! Na komm, zeig dich, Mäuschen! Hm. Hm. So. Schnauze voll. Nicht mal Loot? Warte. Äh. Also die Sprengkraft ist ja schon... Wow. Durch die Tür. Mhm. Ist das wirklich sicher? So nah bei Ihnen? Ich hab einen Schlüssel, Mann. Ja, chill doch mal, Alter. Ich hab einen Ungelich. Gibt's denn noch was? Abzeichen von den Fireflies? Hm. Komm hier, Leute. Ja, ja. Geht gleich weiter. Hier gibt's noch ein bisschen was, äh, zu erkunden. Naja, wobei... Das war's aber auch. Hm. Schade. So. Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Äh. Auch so? Freundchen! Oh, du bist 14. Halt deine Finger bei dir. Beinahe. Zack ich's dir ab. Okay. Wirklich? Zack. Hm. Hm. Hier haben wir noch Appellen. Hm. Hm. Wir sind da. Willkommen in meinem Schloss. Hm. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Hm. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Ja, die kommen dann nicht raus. Das ist halt scheiße. Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die scheiß Brücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Hm. Nach Sonnenuntergang. Gib mir Pfeile und erregel das. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Alles gut. Au. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Na ja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Naja, besser als nichts zu tun, ne? Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Einfach von einer Sekunde auf die andere eingeschlafen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Ja, dann los. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Gut, gut. Eine Klette. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Alles klar, Mann. Aber erst möchte ich noch ein bisschen looten. Äh, ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Ach, das scheint ein Architektenbüro zu sein. Halt! Stopp! Warum kann man hier hochgehen? Was gibt es hier? Ich bin süchtig nach Loot. Schade. Guck mich nicht so an. Bin süchtig nach Loot. Ich gucke überall. Kannst du bitte deinen Arsch aus meinem Gesicht nehmen? Danke. Ja, aber dann geh doch nicht vor. Hey, alles klar? Ja, ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben infizierte Erlebnisse. Keine Spur von den anderen. Okay, das sind also die Zombies. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Und los. Komm. Genau so. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Ja, chill doch mal. Haben die hier keinen Loot? Was soll das denn? Warte. Da gibt's noch Loot. Hm. Okay. Mal schauen. Mal schauen. Kann ich mir Pfeile craften? Ja, ich hör's, aber ich seh' nicht. Erledigt. Hast du das gesehen? Nicht schlecht. Respekt. Ich seh' ihn. Ding ist halt, äh... Was passiert, wenn ich ihn da rumabknalle? Die Waffengeräusche. Au, 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 au. Ah. Nicht mal anders in ihr setzt. Ähm. Die Waffengeräusche holen doch dann bestimmt alle raus. Da drüben. Da. Der lebt doch noch. Der ist Feuer umgefallen. Der hat einen auf Matrix gemacht. Hm. Es sind aber tatsächlich nur die beiden. Oh. 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 Hm. Okay. Okay, also. Kommen wir da irgendwie hoch? Hm. Gleich! Au! Okay. Henry, du musst aufpassen! Achtung! Huch! Äh, ich sollte vielleicht mal kurz... Moment! Okay. Mal gucken. Nee, aber da werden doch jetzt bestimmt gleich durch die Schüsse andere kommen, oder nicht? Hm. Hier gibt's kein... Sag mal! Ich will Loot haben. Was soll das? Da ist was. Eine Flasche. Nö. Ich bleib bei meinem Ziegelstein. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh! Oh! Das ist nicht wirklich gut! Hey! Sie sind hier drüben! Oh, nein! Erledigt. Schnell her hier! Okay, okay, schau mal nach! Komm, 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 komm! Alles klar! Sam! Los geht's! Okay, los, auf geht's! Ellie! Komm schon! Oh, nein! Komm schon! Oh, nein! Lauft! 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 Komm zusammen! John, na los! Ah, hier, okay. Komm! Okay. Let's go. Sie haben sie wohl gefunden? Schwärmt aus! Vielleicht kommen sie hier lang! Hm. Äh, nein! Ich bin so doof. Boah! Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Okay. 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 Schnell nachladen. Halte Taste. Okay, hier gibt es nichts. Wir werden erstmal mit der Schrotflinte weitergehen. Hm. Wahrscheinlich waren wir da durch die Tür, oder? Ja, Lincoln, kommst du? Du, die kriechende durch. Öffnen! Verdammt, los! Sie entwischen noch! Da! Wir retten zur Brücke! Los! 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 Ich glaube schon. Au! Jetzt komm! Scheiße! Verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen! Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen! Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich geb dir Deckung und dann rennst du. Oh Mist! Oh Gott! Du hältst mich oben! Ellie! Keine Diskussion! Ellie! Verdammt! Äh... 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 Au! Das tat bestimmt weh. Bam, ins Gesicht Mh Hm 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 Schon gut, ich bin okay Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt Schön Also der Funkturm ist hinter dieser Klippe Okay, da gibt's tonnenweise Zeug Du wirst froh sein, dass du mich hast Naja Wir sind uns hier mal um, vielleicht finden wir was Ich weiß ja nicht Alles klar Ja Suchen wir jetzt diesen Funkturm Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben Ich bin schon dabei Augen offen halten Na, ich geh erstmal ins Schiff Mal gucken Na Hm Da seh ich doch schon was Ho Ally Hier ist noch einer von diesen Comics Cool Cool Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er sich ein bisschen mehr freut, aber okay Die Jugend Was Was War noch nie auf einem Boot Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders Puh Eins nach dem anderen Hm Okay, da hoch kommen wir nicht Und dann Hm Noch ein Abzeichen Kurz gucken, ob ich irgendwas craften kann Ich glaub das wär wichtig Der Rest ist ja eigentlich egal became bereit Genau Rumpfaive Auf Wört 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 ow Kampung Wo Um Wie und Komm Was